Zwölf die Lieferanten, drei Freunde sausen durch die Nacht. Die alte Route der Seidenhändler längst vergangener Tage wird wenig frequentiert in dieser modernen Zeit. Wer benutzt schon noch erdgebundene Vehikel? Sphinus Galactic ist mittlerweile mit seinem Schickenweiler fest verdrahtet. Er macht die unglaublichsten Kunststücke. Ist er eventuell sogar in der Lage als einzig lebendes Wesen ein Nickerchen während der Fahrt abzuhalten? Sein Gefährt mit dem Unterbewusstsein zu steuern. Bad Garab lagen andere Sorgen. Wohin nun? Ihr Komm ist mit dem Motorrad über dem Lenker vorne verklebst. Sie blinzelt schnell. Zum Glück gibt's Achilles verschlüsseltes 1103 Netz, den geheimen Kommunikationskanal des U. Bis Lühorau wären es 3500 Kilometer in nordwestlicher Richtung. Machbar ohne viel Verkehr und Turbospät. Ihr fällt spontan nur ein Ziel ein. Mal die anderen fragen, was sie dazu sagen, was haltet ihr davon, wenn wir nach Lühorau zu Regina fahren? Die ist zwar noch auf dem Alanis, wohnt aber schon in einer kleinen Bleibe im Osten der Stadt. Dort könnten wir uns erstmal verstecken. Flutsch Braus, rutscherlustig. Sphinus ist sofort einverstanden. Ihm macht sein Teufelsritt mächtig Spaß. Gefahren erkennt er wie immer keine. Das ist eine tolle Idee, Bartkara. Meint auch Henley begeistert. Er drückt seinen Schatz dabei ein bisschen fester. Bartkara gibt Gas. Ein paar Blinzler später ist das Versteck gebucht. Regina Latles will ist Bartkaras beste Freundin seit der Einschulung am Alanis-Kollege vor sechs Jahren. Weil sie doch das schüchterne Mädchen das gleich am ersten Tag leise nach einem Klassensprecher und den Ferien gefragt hat. Seither haben sie viele gemeinsame Fächer belegt und Stunden verquatscht. ...